Der Januar ist jetzt schon vorbei im Jahr 2024. Wir befinden uns im Februar und Februar bedeutet, ich habe in diesem Monat Geburtstag. Ich werde 35 Jahre alt und wie im letzten Jahr, so will ich auch dieses Jahr wieder mit euch ein bisschen feiern und euch auch vor allem Dankeschön sagen. Danke an alle meine Stammzuschauer und auch die, wo jetzt neu dazugekommen sind. Vielen Dank für die fleißigen Kommentare, für das sehr große und starke Feedback, das ihr mir auch immer gebt. Und ich möchte mich auch in der Form bei euch bedanken, dass ich unter allen meinen Zuschauern und allen Kommentaren im Endeffekt dreimal 500 Euro im Februar verlose an euch. Wie genau das funktioniert im Detail, lest ihr am besten unter diesem Video in den Teilnahmebedingungen durch, grob gesagt oder einfach als Basics. Unter jedem Video, das ich jetzt im Februar posten werde, habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr unter diesem Video einen Kommentar hinterlasst, eben dann am Ende zu diesen glücklichen Gewinnern zu zählen. Mehrfach Kommentare unter einem Video bringen euch nichts, aber dafür, wenn ihr jedes einzelne Video anschaut und kommentiert, ganz wichtig, kommentieren, unter jedem Video eben im Februar, das ich veröffentliche, steigert ihr eure Chance um einen Gewinn von diesen dreimal 500 Euro. Ich kann auch diese 500 Euro dann eben nur Gutscheiben auf ein Verrechnungskonto beim Zero Broker. Das ist mein Kanalsponsor, schon jetzt seit fast zwei Jahren. Megatoller Broker, meiner Ansicht nach einer der besten, meiner Ansicht nach einfach deutschlandweit und das finden jetzt auch viele andere hier auch, wie ihr zum Beispiel hier bei Trustpilot einfach durchlesen könnt. Sehr starker Broker, ja, ihr müsst hier einfach ein Depot haben, ein Verrechnungskonto haben, sonst kann ich euch diese Gutschrift nicht, also wenn ihr dann Gewinner seid, kann ich euch die Gutschrift nicht geben. Und was jetzt eben zu dieser Aktion hier, also zu meinem Gewinnspiel auch nochmal on top im Februar dazukommt, ihr könnt euch wieder 25 Euro plus eine Gratisaktie sichern, wenn ihr bisher eben noch kein Depot habt beim Zero Broker. Die Teilnahmebedingungen seht ihr entsprechend hier. Und was jetzt auch nochmal on top dazukommt, ist nochmal ein weiteres Gewinnspiel, was direkt vom Zero Broker aus dann durchgeführt wird. Also es hat dann nichts mehr mit meinem Gewinnspiel hier zu tun, sondern es erfolgt dann direkt vom Zero Broker. Hier ist es so, dass im Endeffekt ihr eine Chance habt, einen Sparplan komplett für ein Jahr vom Zero Broker gesponsert zu bekommen, sozusagen also bis zu 3000 Euro auch wieder geile Aktionen. Teilnahmebedingungen findet ihr dann jeweils, wenn ihr einfach dem ersten Link unter meinem Video kommt, dann kommt ihr hierher, könnt euch hier, wenn ihr bisher noch kein Kunde seid beim Zero Broker ein Depot eröffnen. Bei Depoteröffnung gelten dann hier diese 25 Euro plus eine Gratisaktie, wenn ihr meinen Promocode benutzt. Und dann habt ihr einfach ja die Möglichkeit hier bei der Gewinnspielaktion teilzunehmen. Und dann zusätzlich nochmal, wenn ihr Kommentare schreibt unter meinen Videos, ein einer zusätzlichen weiteren Gewinnspiel teilzunehmen, was dann direkt von mir erfolgt. Also ich habe einfach wieder vor, den Vorteil, den ich hier durch dieses Kanal Sponsoring bekomme, wieder an euch einfach weiterzugeben, euch einfach wieder Dankeschön zu sagen und euch teilhaben zu lassen. Deswegen gibt es eben dieses Gewinnspiel. Und ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr bisher noch kein Kunde seid, beim Zero Broker euch eben zusätzlich, also garantiert auch 25 Euro plus eine Gratisaktie zu sichern, einfach bei der Depoteröffnung und eben, wenn man ein bisschen den Broker austestet, also einfach ein paar Trades durchführt. Ich würde es mega klasse finden, wenn ihr einfach an der Aktion teilnehmt, ja mit mir meinen Geburtstag im Februar feiert. Und hier auch nochmal vielen Dank an alle von euch, an meine Stammzuschauer und auch an die neuen Zuschauer für das ganze positive Feedback, was mich auch im letzten Jahr, in den letzten Wochen immer erreicht hat. Und ich werde definitiv weitermachen, weiter Analysevideos nach Möglichkeit tief, bei mir gibt es tiefe Aktienanalysen, auch von Aktien, die nicht immer voll Mainstream sind und ich deswegen vielleicht nicht unbedingt immer mega Zehntausende von Klicks bekomme. Aber genau deswegen ist auch dieses Kanalsponsoring für mich so wichtig und deswegen ist auch die Interaktion zwischen euch und mir auch für mich sehr, sehr wichtig. Vielen Dank fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.